Laktattest statt Training mit Ball. Rot-Weiß-Chefcoach David Bergner will Klarheit über den Fitnesszustand seiner Spieler. Denn auch dem Neuen ist aufgefallen, sowohl im Pokal in Jena als auch am Freitag in der Liga in Köln hielt Erfurt rund 70 Minuten gut mit und verlor die Partien erst in der Schlussphase. Mögliche Ursache, mangelnde Kondition. Wir werden es analysieren, ob es jetzt daran lag oder ob es einfach daran lag, dass wir fußballerisch das ein oder andere Loch hatten. Es kann durchaus sein, dass man die Defizite ab der 60. Minute deutlich gesehen hat. Weitere große Baustelle die Offensivschwäche. Nur sechs Tore in zwölf Partien. Schlechter ist kein Drittligist. Aber vielleicht gibt ja der nächste Gegner Schützenhilfe. Denn mit dem Halleschen FC kommt am Samstag die schwächste Abwehr der Liga nach Erfurt. Ich will die Jungs aber nicht unter Druck setzen. Sie wissen selbst, was die Stunde geschlagen hat. Von fehlender Motivation und Einstellung kann hier keine Rede sein. Und was die Fitness seines Personals angeht, da ist Bergner bis zum Wochenende vielleicht schon ein Stück schlauer. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.